Tour de Wiggensbach, eine lang geplante Veranstaltung hier in Wiggensbach für Gewerbetreibende. Ein Ereignis im 21. Jahrhundert. Michi Wanner, natürlich zweiter Vorsitzender hier von dieser Veranstaltung, ist natürlich auch mit seinem Betrieb präsent und er steht in den Startlöchern. Es gibt Alphornblasen aus Kupfer und es gibt viele Veranstaltungen für Erwachsene und natürlich auch für Kinder. Unter dem Motto der Firma Alles Blech oder was, zeigt natürlich Michael Wanner seine Leistungsstärke und seine futuristische Zukunft im Handel und Gewerbe.